Part hätte ich noch Zeit, dann sind wahrscheinlich meine Weißwiss später fertig. Okay, hallo, willkommen zurück zu Delalia. Willkommen zurück. Und hier runter, so. So, wie den Schluss macht, aktuell 40 Schaden. Mit 100% Genauigkeit. Wird angeschrieben. Das ist aber nicht gut. Niemand darf dich anschreiben. Äh. Ich muss hier mal aufräumen. Mann, oh Mann. Ich nehme an, nächste Nacht kommt dann die nächste Pixie Queen. Die wir vernichten werden. Das macht so... Oh, shit, es ist ja schon 7 Uhr. Ähm. Hm, was? Ja, es ist 7 Uhr. Laut der Uhr. Ich bin unterwegs nach links. Oh, was ist das da unten? Ich stelle das Wasser mal kurz auf 8 runter. 9 ist wohl ein bisschen zu hot. Ich muss hier nicht... Nein. Oh, es ist fast da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, keine Ahnung. Glaub nicht. Ich habe nicht gesagt wir, aber auch gut. Wieso sollte jemand anders stärker sein als wir? Ich habe gesagt die! Mein Gott, Mann. Ja, wenn es nicht wir sind, dann sind es die. Und ich habe gefragt, warum sollte jemand anders als wir stärker sein? Nachdem du gesagt hast, dass du nicht wir meinst. Also ist ja wohl klar, dass ich damit die meine. Die ist ein Artikel für einen Gegenstand und nicht für eine Person in dem Sinne, aber gut. Zumindest meine ich das hier nicht so. Ich meinte damit, damit womit du geschossen hast. Ich schieße mit drei verschiedenen Waffen. Aber ich könnte mal das Schwert ausprobieren. Ja, damit was du in dem Moment geschossen hast. Das habe ich doch vorhin auch schon benutzt, also ist da kein Unterschied. Aua. Die Lebensregionation hier lässt zu wünschen übrig. Schon halbtot und wir haben noch voll viel Zeit. Aua. Die sind schneller als letztes Mal. Weiß ich nicht. Ich bin out of mana. Ich bin halt nicht immer weg, Mann. Meine Fresse, ich komme gleich her jetzt. Alles. Alles. Sind meine Piraten eigentlich am Kämpfen oder hüpfen die Notblätter um? Ich weiß nicht was deine Piraten tun Lötraumhüpfen habe ich denn einmal Na gut wir schaffen es ja locker Also ja nett Dennis es ist noch netter mal halb zwei Das Ding ist schon so gut wie tot Tada Thrasherbag Okay So lass mich mal kurz Oh Gott es brodelt ganz schön Okay es brodelt so wie es sich Wie es brodeln soll Meine Breze ist auch schon fertig Also wunderbar Das waren jetzt ungefähr zweieinhalb drei Minuten Ja Sollten sie noch mindestens zehn Minuten im Top bleiben Oh was ist denn das? Das Arcaeen Magnet Increases Hard Pickup Wage Oh okay Also bei mir waren nur Barren und das Schwert drin Ja das Schwert habe ich auch wieder bekommen Erst kriegt man zwei dann kriegt man gar nichts Super Barren Oh Okay Äh Ich dachte du hättest keine mehr Äh ja die waren merkwürdigerweise in meiner Piggy Bank Ich weiß nicht warum ich da eine Plattform habe Aber egal Ich möchte mein Gold jetzt ablegen Ich werde das hier mal deaktivieren Tschüss So Macht für ein erfolgreicher Tag Wir haben einen Boss geschafft Wir haben vier Parts aufgenommen glaube ich zumindest Und ich habe so einen Mords Hunger langsam Ich habe einen Mords Knoten an dem Kabel hier Naja ne nicht Knoten nur eingedreht Warum dreht sich das denn auch so ein? So ich muss jetzt einmal kurz die Die restlichen Dinger in der Kühlschrank tun So Mal weg mit dem Geld Mit der Plattform So So Wie viel Chaos Bahn haben wir denn jetzt? Ah Für eine Rüstung muss es reichen Ah Da könntest du recht haben Ah Chaos Bahn So So Oder die Kiste wo die Kristalle drin sind Ah Da kommt mein Spiel lag doch nicht so Was hat denn die Was hat denn die So Defenswert im Verhältnis Das wäre weniger 13 Das wäre auch weniger Elf Es ist also so um die Ähm Ein bisschen Defens weniger als Halo Dafür hat es halt so ein Lebensregenerations Zeug Und mehr Max Leben Wie schaust du denn jetzt aus mit dem vollen Ding? Sehr nett Habe ich dir irgendeinen Effekt wenn ich mir für fake oder so? Ne Wahrscheinlich Da habe ich meine Amor 2 Käste Tja Brass Amor wird erstmal ne Weile nix ist Post Golem Desert Explorer Kein Schimmer wann die Desert Princess kommt ehrlich gesagt Ja das sieht man doch ganz simpel Ähm Ja ich such sie grad Also die scheint gar nicht mehr zu kommen Hey Keine Ahnung wann Desert Princess kommt es kein Boss In der Liste Hey Nanorüstung ist auf jeden Fall weiter in der Zukunft Ja was sagt er da die Vicks Desert Princess Oh und dann kommen schon die Endgame Rüstungen Und dann kommt eine einzige Drehmordrüstung Hallo Äh was sagst du? Was sagt dir Vicky zu diesem Boss? Nichts die Seite ist nicht existent Was? Es gibt keine Desert Princess Seite auf dem Vicky Kennst du das wenn das rot ausschaut und man nicht drauf rücken kann? Ja Mein Gott wie heißt denn diese Rüstung? Es hat Explorer Amor Das äh 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 Ähm Ähm Äh D D E S E R D Ah ja hier Ja da ist eine Desert Princess Was die droppt die Rüstung einfach direkt Sieht so aus auf dem was hier steht Set Bonus? Keine Ahnung was die kann Ich bin mir nicht so ganz Warte mal Äh Lass sie jetzt einfach rausfinden Und das 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 alles Wahnsinn, ich glaube, rüstungsmäßig kommen wir jetzt erstmal eine ganze Weile nicht weiter. Im Mod jedenfalls. Ähm, ich glaube, weißt du, was ich vermute? Ich will auch eine Chaosrüstung. Ja. Ich glaube, das ist kein Boss. Ah, okay. Ich glaube, es ist nur ein Gegner. Sind da, wenn blendet der da immer so Fenster rein? Weil das sieht halt aus wie so eine Hornisse einfach nur. Das ist fähig. Und es gibt keinen aller Statue oder sowas davon, also. Das ist ja eigentlich M.I. Rüstung übrigens. Immer wieder kurz 20 Sekunden afg. So, du meinst, du möchtest auch pixige Pixi-Rüstung. Ja. Ich habe jetzt noch fünf bis acht Minuten. Äh. Und was machst du da? Isst du dann, oder was? Ja, dann esse ich. Ich meine, der Part kann euch weiter machen, ist es mir dann wurscht. Ich kann dann aber nicht wirklich effizient spielen. Und es dauert noch eine Weile, bis Nacht ist. Dann... Da wäre dann die Zeit um, sozusagen. Ja, aber wir brauchen noch Material. Wir können keinen Boss-Border mehr bauen. Oh, dann wird ein Fech. Dann ist es eben so. Sag mal, ich dachte, ob ich sie auch haben! Ja schon, aber was fehlt denn? Äh, Seelen ist eine Komponente. Bei den Pixi-Rüstung bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, wie viele du gefarmt hast. Verdammte Seelen! Weiß ich auch nicht. Hat sich alles automatisch weggesteckt. Ich will Stardew Valley weiterspielen. Mein Gott. Das ist ein wunderbares Spiel, Dennis. Das ist so entspannt. Viel entspannter als du. Ich bin jetzt bald im Sommer. Nur noch drei Tage, glaube ich. Wird das Spiel genauso heiß wie hier. Liegt es einmal ein Lautsprechender oder sprichst du wirklich so undeutlich? Ich weiß es nicht. Was denn? Ich habe so keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel. Dann wird das Spiel genauso heiß wie hier. Ah! Ach so. Ach so. Ach so. Ich weiß es mal. Wieso gehst du eigentlich immer in dieses eine spinnende Sporn? Ja, warum seid ihr denn überhaupt hier? Das ist der einzige Weg nach unten. Das ist deren spinnendes Sporngebiet. Du, die Schiene führt direkt da durch. Geh doch nach rechts. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will doch nur in einen gescheitengroßen Halo. Und wenn ich da runtergehe. Warum gehst du denn da nach links weiter? Da links ist bei mir ein normales Höhengebiet. Wie nach links weiter. Ich bin von oben nach unten gegangen. Ich bin nicht nach links gegangen. Ja genau. Von hier nach oben runter. Wo genau bist du runtergegangen, dass du links in das Spinnengebiet reinkommst? Ah ja, okay. Da ist auch ein Weg. Ja, ich wollte dir gerade ein Bild schicken, falls du es bei dir nicht offen hast. Das ist halt wie ich mein normaler Weg warst du. Der schnellste Weg ist nicht dein normaler Weg. Wieso soll das der schnellste sein? Na, ist doch klar, dass er schneller ist. Wenn du nicht so weit nach links musst und nicht von Spinnen getötet wirst, dann kommt es mir auf jeden Fall schneller vor. Ich bin schon zu weit gelaufen. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Äh, eher bin ich. Äh, gut. Apex Legends bekommt endlich eine zweite Map, Dennis. Was? Was ist das für ein Spiel? Ja, wir haben doch nicht angefangen zu zocken. Wie? Du weißt es nicht? Das ist gerade, glaube ich, hast du gerade ein A oder ein E gesagt? Ein A. Okay, ich habe ihn eh gehört. Warte, wie viel? Ja, so sprechen die Engländer das ja auch aus. Hast du nicht an mir. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn, das würde ja dann Epic heißen. Was? Nein, Apex. Ja, toll, ich habe aber eh gehört. Achso, Epic. Was? Nein, Apex Legends gehört, glaube ich, schon noch zu Electronic Arts. Spielt man jedenfalls über Origins. Äh, Origin meine ich, sorry. Da ist gar kein S, das ist woanders gewesen. Schrecklich. Alter, ist ja vor Dangerous, der ist ja eine Falle. Ah ja, es liegt daran, dass hier kein Halo ist, deswegen gehe ich nicht von aus, dass ich hierüber zum Halo komme. Ich bin dem Halo gefolgt. Hallo, Halo. Na, jetzt bist du dort, wo bei mir ein Haufen Halo ist. Geht ganz schön weit runter, das Halo. Oh, was sind denn die Gegner? Sieht eher aus in der Kristallrüstung, als Chaosrüstung, aber, naja. Ja, die, das ist halt die Chaosrüstung. Ich farme mal wieder Spielzeit, dadurch, dass ich hier bin. Ja, spiel halt! Meine Fresse. Nein, ich bin gar nicht am Computer. Ja, warum denn nicht? Ich wünsche dir einen guten Appetit, wann auch immer du isst. Warum springt ihr so hoch aus der Hölle? Vielleicht war einer Sie aus dem Gegner raus, auch gut. Oh, da unten ist der. Vielleicht kriege ich ja noch einen Rockhorn. Aua, oh man, ach, diese scheiße ist weder Maus. Der ist sogar hinter dem toten Gegner. Es hilft sehr viel. Hm. 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 Was deckt denn da meine Schwerter nicht weg? Weil die hier wieder voll ist. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020